sicher dass jetzt noch zwei offen bei den anderen ist dabei noch nichts so okay frage ich mich aber wenn ich das nächste kapitel wenn ich aber das nächste kapitel dann starte mit mir dann aber wirklich interessieren ob ich vielleicht sogar andere sachen freischalte wie was man ganz kurz gesehen hat sowas wie ein lkw oder sonst was also vielleicht sogar mal mit einem lkw fahren könnte so wichtig gar er gibt wieder der uhr war das super sie kontrollieren wie viele punkte ich ab und zu unbedingt unbedingt nicht dass ich dann wieder so ein level up habe und ich hab's gar nicht gemerkt das wollen wir leid du hast dein ziel erreicht das war eine leid ja ich wollte eh driften ich wollte es eh tun ich wollte es es war so geplant so definitiv so geplant ich kann sie nicht einmal mehr herreißen ein zeige sogar mit regen sehr wichtig wenn denn das untere ist es ist ich glaube das erklärt sich dann doch wieder von selber ich glaube das erklärt sich dann doch wieder von selber dass ich definitiv das untere nehmen werde ich drücke jetzt schon gar soll da haben wir noch einmal die runde begonnen ich drüge schon drüge schon auf gas die ganze zeit ich bin schon die ganze zeit auf gas super top motiviert wie immer meinti vor meinti ja 96 immer besser 96,2 machen aber diese 69,2 eher besser wenn wir schon zahlen hinten dran hängen ja ich hab leider zufällige zahlen gekriegt ich kann nichts für den ich kann nichts für den namen ich kann nichts gar nichts dafür aufpassen, aufpassen, sehr gut ja das war schon wieder zu viel es war schon wieder zu viel aber natürlich dass wir jetzt schon wieder erste sind und sowieso schon wieder die geht sie aus, geht sie aus, geht sie aus, geht sie sehr gut aus müsst ihr aufpassen, es geht mir so zick zack zack, 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 hui hui ja das das war nicht gut ja passt, sehr gut Gott sei Dank kann ich zurückspulen super auf der einen Seite geil sowas einfach zu sagen ja du darfst auch jetzt zurückspulen tschüss Papa hat sich erledigt auf der einen Seite gut auf der anderen Seite wieder dieses hm doch wieder ein bisschen zu einfach auch weil du dann nicht von deinen Fehlern lernst meiner Meinung nach du lernst dann halt einfach viel zu wenig aus deinen Fehlern und da muss ich wieder sagen, da gefällt mir das dann eher wieder besser bei einem Need for Speed oder sonst was super da, was haben wir denn da jetzt angestellt wie ist das Maria da gefällt es mir dann eher wieder besser aber ja ist auch wieder so mega noch von höherem Niveau aber ich glaube man kann ungefähr verstehen warum ich das so meine weil alter da lernst du halt nicht aus deinen Fehlern und ich will halt aus meinen Fehlern lernen und sie immer wieder und wieder machen wiederholen anstatt ja ich hab quasi gleich mal meine Assistenten du hab mal wieder zurückspulen und hab schon meinen Fehler korrigiert ist jetzt auch wieder nicht so weil ich finde ja dann doch eher so gerade so bei so Arcane Racing Games oder Simulatoren oder was auch immer ist dann halt doch eher so du lernst aus diesen Fehlern und oder machst immer wieder diese Fehlern und schaust, dass du immer besser und besser bist anstatt ja ich kann einfach zurückspulen ja passt außer ich bin halt natürlich im Multiplayer ja dann ist eh klar aber dann darf ich mir aber auch keine Fehler erlauben oder sonst was weil ich will ja der Allerbeste sein den was keiner vor mir war na schau und geschafft hat na sehr gut muss ich aber sagen wir sind relativ schnell erster geworden da muss ich schon sagen also wir sind wirklich relativ schnell erster geworden wundert mich schon bist du etwa Level 100 oder was legt mein Arsch das ist der was der wie es abgehen würde wenn wir das jedes Mal mit dem Multiplayer spielen würden Bruder weiss ich bin gefickt Bruder weiss ich bin du bist am Arsch ja geil na klar mal Stufe 5 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut uuuuuh da können wir gleich einmal was aber jetzt einmal was gescheit sauberer na 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 komm es hundt er eh so naaa ja dann gehen wir halt ein bissel okay das aber dennoch na geh hier